Hallo, ich bin Martin Zwicker. Ich spiele für die Hockey-Nationalmannschaft und für den Berliner Hockey-Club. Wo mich hier eigentlich quatsche, es geht um das Projekt Ecke Schuss Gold. Ecke Schuss Gold ist eine Hockey-Doku, die soll nicht nur den Leuten und den Menschen den Hockeysport näher bringen, sondern auch populärer machen, weil Hockey ist eine geniale Sportart und die sollte eigentlich jeder kennen und auch lieben lernen. Und in diesem Sinne appelliere ich an meinen Berliner Hockey-Club, weil nur noch wenige Tage ist die Möglichkeit da, um dieses Projekt zu unterstützen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können das auch schaffen. Wenn die Krefelder oder wie sie alle heißen das können, dann können wir das auch. Und so eine DVD, die ist billiger als ein Rohr. Also lasst es tun. Holt uns, lasst uns DVDs kaufen. Alle sagen immer mindestens 100, die schaffen wir auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Also unterstützt das Projekt Ecke Schuss Gold, helft uns und helft dem Hockeysport. Danke.